Toll, was? Wir in Korallen-Ökosystemen. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Dann versabiliere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporen-Handel her. Ja, was ist das denn jetzt? So, zwei Schuss und der ist down. Jetzt müssen wir nur aufpassen auf den dicken Mech, der uns hier richtig schön... Da ist er. Weißt du was? Der kriegt jetzt. Der kriegt jetzt richtig. Von oben. Und noch laden. Und nochmal. So, war es das schon? Ne, war es noch nicht. Noch nicht ganz. Aber das muss doch jetzt gewesen sein, oder? Das war es doch bestimmt. So, Scharfschützengewehr. Na, was war das denn, Kollege? So, haben wir nicht gewettet. Was zur Hölle? Boah! Jetzt konnten wir uns hier nochmal so gerade retten. Jetzt nochmal das Scharfschützengewehr. Und sauber zielen. So, da ist nochmal so ein Mech. Schöne Scheiße. Die mag ich ja überhaupt nicht, die Dinger. So, da hinten ist einer. Der ist kaputt. Und... Zwei Schuss reichen für die auch. Gut. Super. Jetzt kommen sie gleich direkt auf uns zu. Oder auch nicht. Der kriegt es nämlich nicht ganz hin. Da vorne ist er. Ah, verdammt. Nicht getroffen. Und wieder die... Dings rausgeholt. Schrotflinte und... Aus nächster Nähe kaputt geschossen. Jetzt müssen wir gerade mal unsere Gesundheit restoren. Die ist nämlich gerade ein bisschen angegriffen worden. Weil ich nicht so schnell bin mit dem Waffenwechsel. Und da ist es schon wieder. Verdammt. Gerade gewechselt. Los, komm wieder auf uns zu. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Na, komm. Gesundheit kritisch. Ja, nee. Ist klar. Zwei solche dicken Treffer einzustecken. Das ist nicht gut. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Reicht das nicht langsam? Was ist das denn für ein harter Brocken hier? So. Sauberer Kopfschuss. Geht auch. So, dann wollen wir hier mal alles einsammeln, was wir hier so haben. Munition können wir auch gut gebrauchen. Ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's. Super. Dann sammeln wir uns hier auch noch schnell die... Das Gezuppel ein. Und weiter geht's. Aua. So, hier kriegen wir nichts von. Super. Was zur Hölle ist das denn jetzt schon wieder? Ich will dann auch einfach nur hier irgendwas zerstören. So, F benutzen. Bams. Ih. Ih. Ist ja ekelhaft. Aber sie müssen das Ganze bei den anderen Rögen wiederholen. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Nun gut. Ich hatte jetzt gerade die Befürchtung, dass hier ein paar dickere Gegner ankommen und uns das Legen schwer machen. War jetzt zum Glück nicht der Fall. Jedenfalls vorerst nicht. Aber irgendwann wird sicherlich nochmal ein harter Gegner kommen. Ein harter Brocken. Sonst wäre das hier nicht Crysis. Ganz ehrlich. Diese starke Panzerten, die reichen mir ja eigentlich schon. So, das ist wieder ein Scharfschützengewehr. Dann gehen wir mal in den Tarnmodus. So, was haben wir denn hier für taktische Optionen? Was zur Hölle? Okay, da können wir neutralisieren. Das ist unser Einsatzziel. Da können wir hinaufsteigen. Da können wir flankieren. Das haben wir hier. Scharfschützenposition. Sind wir schon genau richtig? Nachschub aufnehmen können wir da vorne. Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier mit dieser Waffe. Und nehmen zum Beispiel den da mal auseinander. Mit zwei Schuss. Und den natürlich auch. Auch mit zwei Schuss. Wunderbar. Jetzt sehe ich gerade nicht noch mehr Gegner. Da vorne ist noch einer. Guck mal. Den schalten wir natürlich auch ganz gekonnt aus mit zwei Schuss. Aber wir sind noch im getarnten Modus. So, Schuss Nummer eins. Den hat der überlebt. Seltsamerweise. Komm raus aus deinem Versteck. Komm raus, Freundchen. Komm raus. Ich nutze die Zeit mal zum Nachladen. Oder haben wir den jetzt schon kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt hat uns irgendwer wieder gesehen. Da hinten. So, ein Schuss in die Schulter. Und ein zweiter in den Bauch. Und das reicht. Das reicht für diese Säcke hier. Und mehr sollten wir auch nicht tun. Du kriegst auch einen Schuss in den Rücken. Und bist damit Geschichte, Freundchen. Deine Tage sind gezählt. Ah, hier ist doch noch irgendwo einer. Sollten wir uns hier vielleicht die Munition erstmal abholen. Ich befürchte, dass das wieder so ein dickes Ding ist. Ne, das ist nur ein normaler. Also nicht weiter schlimm erst einmal. Aber sobald hier noch so ein dicker kommt, haben wir ein Problem, weil wir jetzt keine Raketen mehr haben. Und das müssen wir... Müssen wir den halt mit anderen... Wieso habe ich denn jetzt die Waffe gewechselt eigentlich? Ich dachte, ich hätte noch das Scharfschützengewehr. Na ja, egal, dann gucken wir hier mal. Was haben wir denn hier? Ach, wir haben das Scharfschützengewehr immer noch? Dann haben wir bestimmt die Schrotflinte weggegeben. Ach, guck mal da... Wow, sauberer Headshot. Das war's mit so einem dick gepanzerten. Finde ich ja gut. Wo ist er denn jetzt? Da haben wir jetzt... Ne, wir haben die Schrotflinte aufgegeben. Finde ich nicht so toll. Muss ich ehrlich sein. Ich bin ja ein Freund der Scharfschützengewehres. Ja, nehmen wir die zurück. Komm. Können wir besser gebrauchen. Ach, da sind noch zwei. Alles klar. Oh, komm, Freunde. Niemand legt sich mit mir und meiner Schrotflinte an. Vor allem du nicht, Kollege. Das ist nämlich Geschichte. Jetzt schon. What the fuck? Komm, lassen wir das sein. Wir sind doch alle zivilisiert hier. Ach, du Heilige. Da ist ja doch so ein dick gepanzert, ha? Den hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Verdammt. Wo ist er hin? Da ist er hin. Aber ich glaube, das hat keinen Sinn damit, dieser Munition draufzuhalten. Aber wir können es ja nochmal versuchen. Ach, guck mal. So, war es das jetzt mit ihm? Ich glaube, das war es, oder? Ja, das war es. Und mit ihm war es das auch. Damit sind wir schon so gut wie durch, glaube ich. So, holen wir uns hier nochmal Munitionsnachschub. Irgendwo ist hier noch einer, glaube ich. Aber ich weiß nicht wo. Oder war es das hier doch schon? Ja, das war es schon. Super. Ach ja, ach ja. Jetzt fällt er da fast auf die Schnute. So. Und hier machen wir das auch wieder ganz gekonnt. Jawohl, ja. Ja, die Idioten im Pentagon, das haben wir eben erfahren. Wollen... Ach du... Meine Güte. Ja, das kommt davon. Die Idioten im Pentagon wollen ja New York fluten, beziehungsweise Manhattan fluten, indem man einen Staudamm oder eine Wand, die die großen Wassermassen abhält, sprengen möchte. Dann würde hier alles unter Wasser stehen. Und wir sind hier schon unter dem Meeresspiegellevel. Und das würde für uns hier gar nicht gut ausgehen. Ach, den habe ich ja ganz viel übersehen. Und seine Freunde auch. Verdammt. Wie konnte mir das denn passieren? So, der jetzt ist... Wieso lebt der denn immer noch? Ist das irgendwie ein Commander oder was ist denn mit dem? Der ist ja viel stärker als alle anderen. Oder haben... So, jetzt ist er tot. Mann, Mann, Mann. Der hat auch 300 Energie gegeben. Das war bestimmt irgendwie... Ein ganz hohes Tier der Aliens. Das habe ich überhaupt gar nicht kommen sehen. Da war ich wieder mal zu unvorsichtig. Oh, 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 oh. Ja, natürlich. Da kommt wieder der Nachschub. Neue Soldaten, die auf unserer Abschussliste stehen werden. Ist das nicht herzallerliebst? Nee, irgendwie nicht. Immer wenn der Anzug vollgeladen ist, gibt der so ein Geräusch von sich, was ich nicht so ganz so toll finde. Weil ich mich da immer ein bisschen erschrecke und denke, dass sich neben mir jemand enttarnt hat. Weil das auch nur auf dem rechten Ohr zu hören ist. So, komm, markieren wir erstmal alle. Die hier sind. Ey, was ist das denn für einer? Auch schon wieder so ein besonderer, glaube ich. So, was haben wir da? Da haben wir auch noch so einen. So, taktische Optionen. Was können wir da machen? Hinaufsteigen. Nachschub holen. Ja, super. Das ist doch alles schon längst weg. Da waren wir doch schon überall. Komm, nehmen wir hier... Nee, das hier nehmen wir... Hä? Wo ist denn da? Da ist unser Scharfschützengewehr. So, ein Schuss reichte schon. Hätte ich gar nicht gedacht. Es war, glaube ich, nicht so schlau, alles auf den zu ballern. So, der ist Geschichte. Jawohl, ja. Sehr, sehr coole Nachladegeräusche im Übrigen, finde ich. So, Kopfschuss. So wie sich das gehört, wa? Da hinten muss noch einer sein und da. Einer kommt jetzt zu uns hier hoch. Wir fallen erstmal eine Runde. Weil es so viel Spaß macht. What the fuck? Stirb doch einfach! Oh! Puh! Das war aber knapp, Freundchen. Ach, und so ein... Ach, cool. Wir können denen die Rüstung wegschießen. Habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. So, und jetzt machen wir mal hier volle Offensive. So. Ah, der lebt ja immer noch. Jetzt muss er aber doch langsam mal die... Das Zeitliche segnen. Oh, Mann. Oh, war das ein Fall. Ach, der gibt 500. Das ist ja... Boah. Da sind wir ja richtig reich bestimmt schon. Ja, guck mal. 4.000 Punkte haben wir jetzt. Ich habe eben noch gedacht, oh, 2.000 Punkte für das eine Ding auszugeben, das ist aber ziemlich Verschwendung. Aber wenn wir jetzt hier so viel kriegen durch diese starken Gegner, ja, bitte. Bitte, bitte gerne. Da mache ich das doch liebend gerne wirklich. Schade, dass wir nur ein einziges Ding davon aktiv haben können. Aber nun gut, wir wollen ja nicht zu gierig werden. Und da wieder die Plörre. So, jetzt können wir hier weiterkommen. Und es wird uns das Tor geöffnet. Oh, ja, wir sind hier in der Suppe drin. Ja, super. Das ist doch... Besser kann es doch gar nicht gehen. Ach, wir werden hier zurückgetrieben. Und unser Anzug ist mal wieder nicht funktionstüchtig. Na, ob mir das so gefällt? Ich weiß nicht, was soll das denn? Warum denn wir? Da wird doch unsere DNA verändert, oder nicht? Und da werden wir einfach mal rausgeschossen. Ja, klar. Oh, Mann. Aber was sollen wir denn greifen? Was sollen wir... Ach, die... Oh. Ja, lass mich mal hier hängen, ruhig. Gar nicht das Problem hier. So, komm. Nach vorne. Nach vorne. Weiter, 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 weiter. Kriechen. Mit der Maustaste. Noch weiter kriechen. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und aufstehen. Komm schon, Alcatraz. Du kannst das. Ja, dann... Ach, Mist. Jetzt hänge ich hier fest. Nee, tu ich nicht. Gott sei Dank. So, wir... Die Bomber sind unterwegs. Jetzt müssen wir hier schnell zum Helikopter. Eine erhöhte Position müssen wir finden. Und dann wird alles gut. Dann wird alles besser. Dann kommen wir hier raus, hoffentlich. Und dann mal schauen, was uns dann erwartet. Ach, du Heilige. Die Bomber sind schon da. So ein Mist. Sie müssen da leben draus. Sie und der Anzug sind unsere einzige Hoffnung. What the fuck? Das kriegen wir doch nie im Leben hin. Nein! Nein! Verdammt! Das haben wir nicht geschafft. Oder können wir jetzt hier noch was machen? Nein. Wir sind in dem... In der Flutwelle... ...sind wir untergetaucht. Wir sind in der Flutwelle... Wir sind in der Flutwelle...